Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wird der Gewinner bekannt gegeben, der die Goodie Bag gewonnen hat. Yeah! Das war, liegt die Goodie Bag gerade vor mir. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal da oben. Da ist nämlich alles gezeigt worden, was verlost wird. Und heute ist der Tag der Tage, in dem der Gewinner bekannt gegeben wird. Und ich bin schon so gespannt, wer der Gewinner ist. So, heute wird der Gewinner bekannt gegeben. Ihr kennt das ja von mir. Ich suche erstmal den Link von dem Video raus. Kopiere mir den. Lege ich in meine App rein, die heißt nämlich Pick It. So, ich lese euch mal die Bedingungen vor, die ich in der Infobox geschrieben hatte. Ich habe hier gerade meinen PC vor mir, damit ich später gucken kann, ob ihr sichtbare Abonnent seid. Und zwar, die Bedingung für dieses Gewinnspiel war, dass man ein sichtbarer Abonnent von meinem Kanal ist. Das wird nämlich geprüft. Dann soll man diesem Video einen Daumen nach oben geben. Kann ich ebenfalls nachprüfen. Und ihr sollt in die Kommentare schreiben, welches Video du dir von mir wünschst. Drei Video Wünsche pro Kommentar plus den Hashtag Goodie Bag verwenden. Die Verlosung endet heute um 4 Uhr. Wir haben jetzt mittlerweile schon 5 Uhr, aber es hat niemand mehr mitgemacht. So, und zwar. In der App bin ich jetzt einmal drinne. Und ich werde jetzt hier oben den Link von dem Video eingeben, um das Video, um das sich es handelt. Und ich bin mir nicht sicher, weil das ja schon ein paar Wochen her ist, als ich den Gewinner bekannt gegeben habe. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt auf dieses Suchenzeichen klicke, ob dann sofort der Gewinner rauskommt. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal gucken, ob das jetzt da so rauskommt. Ah ja. Es wurden 23 Kommentare gefunden von 54. Das kann doch gar nicht sein. Also eben hatte ich geguckt, es waren viel, viel mehr Kommentare. Ich weiß nicht, warum der so wenige Kommentare immer findet, ne? Ich werde jetzt einmal gucken, wie viele Kommentare das Video hat. Es sollen wohl 54 sein. Vielleicht holt der da ja die 23 raus, wenn da so Doppelte vorkommen, glaube ich. I don't know. Also, ich schaue einmal. Und zwar soll dieses Video wohl 70 Kommentare haben. Ich glaube, ich muss mir eine neue App runterladen. Ich gucke mal eben. Ich habe jetzt eine andere App gefunden und ich werde jetzt gucken, ob das mit dieser funktioniert. Weil, ich weiß nicht. Also letztes Mal hat das gut funktioniert. Und, ähm, ja, ich meine, wenn das vor allem 70 Kommentare sind, ist das ja krass, wie viele Kommentare dann ja einfach entfallen, ne? Ah ja. Jetzt habe ich eine gefunden, die hat sogar 71 Kommentare gefunden. So. Also. Okay. Ich habe hier jetzt eine andere App, die heißt YouTube Comment Picker Beta. Und ich habe jetzt das Video eingefügt. Ihr könnt das hier sehen. So. Hier ist das Video eingefügt. Einen Gewinner gibt es. Einen Gewinner gibt es. Und ich werde jetzt den Start Comment Lottery. Und los. Und, also, ich habe jetzt den ersten Gewinner. Und der erste Gewinner ist die Dual Actui. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Auf jeden Fall hat sie schon mal in einer meiner Verlosungen gewonnen. Und ich werde jetzt mal nachschauen, ob sie mich, ah, ich bin falsch gegangen, ob sie mich noch, ob sie mich noch sichtbar abonniert hat. So. Das Wort fehlte mir. Hier. Ich habe sie gefunden. Dual Actui. Und jetzt muss ich einmal bei ihr vorbeischauen, um zu gucken, ob sie mein Video geliked hat. Okay. Sie hat das Video geliked. Was war da noch? Drei Video Vorschläge schreiben und den Hashtag Goodie Bag verwenden. Genau. Das hat sie auch gemacht. Und dann würde ich sagen, wir haben eine glückliche Gewinnerin. Und das ist die Dual Actui. Wenn man das so ausspricht, entschuldigen, falls ich das falsch ausspreche. So, hier ist sie nämlich die erste glückliche Gewinnerin. Und ich bin so froh, dass wir wieder vom ersten Mal eine richtige Gewinnerin haben, sodass wir nicht jedes Mal gucken müssen, oh, jetzt hat er das nicht erfüllt, jetzt müssen wir eine neue Gewinnerin picken. Und letztes Mal hat das auch richtig gut geklappt und ich bin so froh. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch an dich, liebe Dual Actui. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht. Das tut mir leid. So, auf jeden Fall, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch von mir. An alle anderen, seid bitte nicht traurig. Ihr könnt sehr gerne an dem Dezember-Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar werde ich ja vom 1. bis zum 24. jeden Tag ein Video hochladen, jeden Tag jeweils ein Kläppchen von meinen ganzen Adventskalendern öffnen und auch etwas an euch verlosen. Das wären richtig coole Sachen. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von dir freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es ebenfalls sehr, sehr gerne hier unten kostenlos tun. Hier oben verlinke ich dir noch meine weiteren Verlosungsvideos. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020